Hallo zusammen, ich bin Franziska. Ich bin Klaus. Edu. Arsien. Bernhard. Veronica Spierenburg. Und ich habe ein Riesenglück gehabt, dass ich einer der Auserwälten bin, die unterstützt wurde. Ich möchte mich herzlich für Together Now bedanken für Ihre Aktion und Ihre Initiative, die zeigt, dass Zeit gegeben ist und Strukturen vorhanden sind, um die Gesellschaft radikal neu zu denken. The way it worked out is truly amazing. Ich bin mega dankbar und froh. Es ist wirklich grossartig und fast unglaublich. I want to thank you very much to the people who contributed. Danke vielmal von Herzen. Merci vielmal. Danke. Thank you all. Danke. Danke.